Jo Leute, was geht? Euer Schütze-Fuzo hier. Ich glaube, ich habe herausgefunden, wo es weitergehen wird. Ich bin gerade mal hingelaufen, auf Route 5 sind wir, glaube ich, Chapter 11, der War Turtle War. Das war, wenn wir uns erinnern, ich gehe mal kurz zurück. Das war einmal, wo wir hier unten in die Stadt gekommen sind, weiter, wo wir zur SS Anne gekommen sind. Da drüber, hier links, geht's weiter, das musste ich leider nachgucken. Und irgendwo sollen wir, glaube ich, jetzt auch Cut herkriegen, habe ich gelesen. Weil, äh, HM-Cut fehlt uns ja noch und ich glaube, das ist hier irgendwo das nächste... Oh, der hier, wir kämpfen, den mussten wir neben den Fight, ne? Machen wir doch mal Razor Leaf. Also wir kommen von den Leveln hier echt nicht so gut hin, ne, teilweise. Ein paar unserer Pokémon, die, ja, wir müssen halt irgendwie die ganze Zeit gucken, dass sie nachleveln. Unschön, 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 aber ja, was soll ich dagegen machen, ne? Okay, wow, das war so awesome. Okay, die beobachtet uns hier die ganze Zeit. So, Items, Story, Wandsome, bla bla bla. Was vielleicht jetzt, I will... Okay, die will uns was verkaufen, sagt die. Du gott, so Power Item. Okay. Wir haben ein Power Item bekommen. Was ist das Power Item? Sprite Powder ist es nicht, aber wir haben ein Power... Wo ist unser Power Item, was wir bekommen haben? Wir haben kein Power Item bekommen. Was soll ich sagen? Not gonna lie. Hier sind Mausis, die wollen wir nicht. Wir rennen hier erstmal weiter. Mr. Jenny, this is my chance to test out the item that I just brought. Let's go, Pikachu. Power Item. Hä? Wir wurden echt ein bisschen verarscht hier. Was soll ich sagen? Aber hey, wir müssen mit Pikachu hier kämpfen. Aber heute, der Gewohn schottet das gute Ding einfach. Uiuiui. Wir suchen die jetzt und wollen die fertig machen, oder was? Ja, die sehen echt ziemlich erschöpft vom letzten Kampf aus. Warum sind wir vergiftet? Ich gebe, wie ganz schön wurde vergiftet. Davon habe ich nichts mitbekommen. Ähm, hier unten das Gebäude sieht irgendwie weird aus. Ah, es soll so aussehen, okay. Professor Oak. Professor, I did not expect you to bump into your hand. Was? Oh, ja, frag mich, wie es mir geht, ne? Wir wurden halt ein bisschen verarscht. Oh, der hat gesehen, dass wir uns so wicket haben. Ja, den Only Wolf is a Particle Evolution Stone. Ja, den haben wir gefunden, ne? So. Ja, was ist mit Shiggy? Okay. Achso, Shiggy wurde geklaut von ihm. Okay, wir werden den Pokédex weiterfüllen. Ja, wir heilen erst mal. Oh nein, wehe, die putzt die Tröppe. Ende 1 von Florian City ist okay. Okay. Ich dachte, die putzt hier die Tröppe, weil die auf der Tröppe hin- und herläuft. Was macht die Gute hier? Werf Wein und Schieb Parfüm. Okay. Dann steht die halt da oben. Haben wir unten noch jemanden? Nee. Weil die Leute im Poké-Konzenter sind ja meistens keiner vernehmen, machen irgendeinen Quatsch. Hey, damit sind wir weitergekommen im Spiel. Wir können natürlich jetzt nochmal ein bisschen backtracken und leveln, wo wir das machen. Schauen wir uns erstmal hier ein bisschen die Stadt an, oder? Oh, das... Da... Wen haben wir denn hier? Okay. Nice. Hallöchen. 50 Coins können wir uns jetzt kaufen. Okay. Was können wir die tauschen? Hast du Coin-Cases needed? Gib mir hier irgendwann eine Coin-Case. Ah, da ist wieder diese alte Oma, okay. Der sieht doch aus, als ob er mir eine Coin-Case gibt, oder? Nee. Ah, die teilen alle nicht mit mir, was soll ich sagen. Gib mir. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine Team Rocket-Uniform. Interessant. Was haben wir hier? Das Einkaufszentrum? Partman's Store. Oh ja, das ist ein Einkaufszentrum. Schick. Was kriegen wir hier auf dem Floor? DMs. Call-Mind. Hyper-Beam. Uh, Flame-Charge. Okay, wir brauchen die Attack-Lite jetzt noch nicht. Und was haben wir hier? Great Ball. Great Ball können wir aber gebrauchen. Und Super-Pause können wir auch und viele gebrauchen, aber auch ein paar. Der Rewrite will ich halt nicht spielen. Super-Refail, sowas brauchen wir nicht. Wir flüchten vor wilden Kuchen. Oh, wir sind schon im vierten Fläufer. Ich hab ein paar geskippt aus Versehen. Aber wir werden ja auch noch ganz oben gehen. Oh, hier haben wir noch Steine. Ah, ich glaube, hiermit können wir sowas wie Gänger und uns und sowas uns ziehen, oder? Eilstein hätte ich auch gerne. Und da brauchen wir den noch. Eilstein ist nicht so was, was ich irgendwie nie hätte. Rooftop. Okay, wir sind auch nicht draußen. Was? IK-Mail to protect the world with Mike's Zodiac. Okay, Yugi. Eieieieiei, er steht einfach Yugi. Eieieiei von Games League. All you have to do is stop with the drawing of Pokemon. Okay. Nice. Wir haben auch noch so'n Liebesbrief, ne? Da haben wir auch noch eine Story mit zu tun. Okay, die Polizei schickt hier auf jeden Fall. Ist das eine Wache hier? Safe geht. Ja, a lot of weirdos roaming these speeds. Ja, Yugi zum Beispiel. Eieieie, was haben wir hier? Oh, was machen wir hier? Also, ich glaube, Games to Talk was their favorite games. My favorite game is Megaman Battle Network 3. Sun is in your hand. Okay. Was hat der hier noch? My favorite game is Harvest Moon. Back to the nature. My favorite game is Call of Duty. Black Ops. Okay. Fire Emblem. Okay, was haben wir hier noch? Atoful Boyfriend. War das nicht das mit den... Äh, war das nicht dieses komische Vogelspiel, wo du den daten konntest und so? Was ist nicht so'n Omega-reardes Spiel? Können wir da dieses Wort mal einsetzen dafür? Oh, was geht's hier los? Das item ist auch clearly a fake. Ist sie das? Ah, das ist blue. Oh, die sehen aus wie gute Items. Super Rare Candy. Die Rare Candy hat den Christian Booking-Level bei 50 Stages. Die Rare Candy hat den Christian Booking-Level bei 50 Stages. Die Rare Candy hat den Christian Booking-Level bei 50 Stages. So, und wie kommen wir da hin? Was ist hier gerade? I'm sorry, was the game leader is not in the game right now. Okay, ich werde zurückkommen. Hat sie hier trotzdem noch ihren Markt aufgeschlagen? Ne, sie ist komplett weg hier unten, ne? Ist einfach verschwunden. Was sagt er? Jetzt do you have some things to do? Ja, wir wollen die fertig machen, ne? Was kommen wir da oben hoch? Sind wir hier irgendwo vorbei? Ne, aber kommen wir vielleicht durch das Haus durch? Ist das ein Exit? Ne, hier nicht. Wäre ja cool, wenn wir hier irgendwie hinter das Haus kommen. Okay, die hat halt drei Kinder hier, ne? Was soll ich sagen? Oh, wir kommen durchs Haus. Let's go. Wir kommen durchs Haus durch. Let's go. Keine Beschwerden mehr. So, auf der Route da ist sie lang. Das heißt, wir wollen hier am Wasser bleiben. Floral Road. Ah, wir werden sie hier doch treffen. Oh, den kennen wir schon, ne? Leave me alone. Er ist hier, leave me alone. Okay, der legt sich hier wieder hin, weil wir hier dann wahrscheinlich als nächstes weiterkommen. Wir schauen mal hier rechts ins hohe Gras, würde ich sagen. Kein Pokémon-Encounter auf jeden Fall. Hier oben ist leider auch nichts. Schade, schade, schade. Und dann gehen wir hier noch einmal runter. Oh, ein Grimga. Okay, da hinten ist aber Sackgasse. Hm. Wie kommen wir hier vernünftig weiter? Ah, ich möchte keinen Grimga fighten oder sonst was. Hier rechts? Have you seen a girl in a black dress? Guter 8, alright, thanks. Ah. Wir haben sie wieder gefunden. Oh, sie will uns, sie will uns, sie will uns, äh, sie will uns schon wieder verarschen hier. Ein Trick betrifft. Ah, sie will uns auch bekämpfen. Ich will nichts sagen, ne? Aber da ist ein Shiggy. Wo kommt dieses Shiggy her? So können wir nochmal Razor Leaf setzen, dass er Omega-Star kommt. Das kann schon wieder Protect usen. Ist ja unfair. Ja, dann machen wir halt ein Solarbeam. Und Pursuit, ne? Na, wenn es mal aufhören würde, sich immer zu Protecten, ne? Nice. Da haben wir es besiegt. Level 27 geht, Mathis. Sehr, sehr schön. So. Two badges. Oh, was? Looks like I overdid it. Oh, well, she will wake up soon. Oh, wir haben sie, wir haben sie einfach niedergestreckt. Okay, was ist mit dem Bachelor's End of War heute? War's Chapter. Okay, die, die will uns auf jeden Fall noch ärgern, ne? Die, die, die hat was. Die will, die, die ist noch nicht fein mit uns. Ah, sie hat uns die Trainer... Uh, sie hat uns die geklaut. Ja, wir wollen auch als Blue spielen. Ohne Chapter, Blue's Tale 1. Das machen wir auf jeden Fall jetzt noch. Das Blue's Tale. Two hours earlier. Er konnte mal... Okay, also die war hier unter... Unter der Spielhalle, oder was? Okay. Die hat die hier besiegt. Und sie kann hier weitergehen. Dann gehen wir mit Blue auch natürlich weiter. Und mal schauen, was wir hier mit Blue so alles entdecken, ne? Hier liegt ein Bri. Okay, aber wir wollen ja hier... Oder wollen wir hier was desablen? Doch, ne? Irgendwelche Switches. Okay, wir müssen mal gucken, wo wir die Switches finden. Cool, dass hier Team Rocket auf dem Boden steht. Äh... Hier vielleicht ein Switch. Okay, weil... Oh. Wir haben irgendwelche Sachen angesprochen und das hat geholfen. Okay, dann machen wir mal weiter damit, ne? Okay, da unten ist immer noch eins aus. Dann spreche ich doch das hier mal an, vielleicht. Das geholfen? Nö. Was sollen wir tun? Das Switches tut es eben, ist fest das Switches tut es, äh, des Slide-Panels. Okay, jetzt ist hier auch nur noch eins, ne? Aber hey, das eine hier kann doch ruhig anbleiben, oder? Ne, das, das war's... Das wäre auf jeden Fall das Falsche sonst. Das hier? Okay, das lässt uns hier auf jeden Fall. Ja, die restlichen Slide-Panels können wir alle da so lassen, wie sie sind, ne? So. Dann nehmen wir doch mal die Fahrt hier, oder? Wir nehmen random irgendwelche Sachen. Let's go. Ja, da sind wir nicht reingebombt, deswegen weiter hoch, würde ich sagen. Oh, hier ist ein Labyrinth. Okay. Dann gehen wir doch mal hier runter. Was ist das hier? Track number 87, Paylor. Ein stupid Tank. Okay. Also, wir haben hier Mew-Experimente vielleicht sogar gemacht, oder was? Kann das sein. Inquiet Australian, you look, it looks like something is inside of it. Okay. Wir haben einen Magnet gefunden. Was haben wir hier? Okay, wir haben die Diske gefunden. Oh, der sieht aber aus wie von den Zinnober-Inseln. End of Bonus Chapter Blue's Tale 1. Okay, wie viel... Okay, wir müssen unsere Poco erst einmal heilen. So. Und dann würde ich sagen, wir speichern hier. Und hören dann hier erstmal wieder auf. Keine Ahnung, ich bin immer noch nicht so fit. Ich wollte jetzt eigentlich noch eine Aufnahmesession machen. Aber ich glaube, das bleibt jetzt erstmal so dabei. Ich glaube, ich habe jetzt hier vorhin noch eine Folge, ne? Die Folge hier. Wir sind jetzt auf jeden Fall schön weitergekommen. Und ja, ich würde sagen, hier hören wir jetzt fürs Erste erstmal auf. Ich speichere hier mal nebenbei nochmal. So. Ne, dann haben wir das. Und hier hören wir jetzt genau auf. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Shizu Puzzu. Haut da rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.